Kapitän, die Borg haben landet und die Kolonie werden sie nicht aufhören können. Ich empfehle, Sie beamen zu Vega und zu so viele Menschen raus, wie wir können. Okay, beamen sie runter. Okay. Also, wir können im Moment nur sie mitnehmen. Photonengranate, Zieloptik, Gefechtsstrategie. Ja, wir nehmen sie mal mit. Okay, unsere zweite Botenmission bisher. Okay. No, Sir, I'll follow your lead. Dann bewegen wir uns mal. Pausenzone 07, na. Huch. Da geht's. Will ich da eben runterjumpen? Da sieht man schon die Borg. Das ist geil gemacht, dass man die dann sogar aus dem Orbit sehen kann. Das ist ein von diesen Borg-Schips aus dem Orbit. Sind wir zu früh? Die Borg-Schips sind nicht nur Dronen. Sie können Nanoprops direkt in den Boden und in die Atmosphäre. Huch. Sind markiert. So. Pausenzone 16. Was heißt denn das? Ich habe keine Ahnung. 17. 18. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Achso, ist der Weiz hinterfekt oder was? 19. Hm. Weiz. Ich weiß es nicht. So, da hinten ist eine Truppe Borgs. Hey, wo sind die Borgs? Achso, auf der anderen Seite wahrscheinlich. Alright! Das werden wir. So, aus einer Kiste. Achso. Vorredauf. Körper ganzer Energie dämpften. Standardausgabe. Ach, zweimal. Okay. Ja, das kennen wir. So. Weimarraum und Zug. Zack. Und für die Elisa. Zack. So. Hier erhöht. Widerstand gegen kinetischen Schaden und Gesamtschaden. Okay. Cool, ein Garagentor. Phil. Oh no, we're too late. Ich mache jetzt noch eine Drohne drauf. Das ist ja. Sind sie jetzt alle? Ja. Mal nicht zu weit vorlaufen. Ja, dann wird es ganz schön normal. Hier vorne. Hallo? Ne, die ersten. Ach, die entfüllen die Leute schon, okay. Taktische Drohne. Wird man vielleicht immer zuerst ausschalten, vermute ich doch mal. Die beamen wieder weg, oder? Ach nee, das sind Zivilisten. Okay. Markieren wir die mal kurz zum Rausbeben. Und weiter geht's. Ich schmeiße die Granate immer so schön früh, das ist kein bisschen zu spät oder so. Huch. Okay. Ah. Ist ja geil, das breitet sich immer weiter aus hier, Stück für Stück. Weitere Stände frei gegen jemandem, der man wiederbelebt werden kann. Ah. Okay. Alarm Zustand rot. Ja, 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 quatsch, nicht so viel. Ich würde euch gerne markieren zum Rausbeben. Hallo? Ach so, eine Kurve zu gewissen müssen wir noch markieren. Bock, die Inversor in der Bockkolonie haben wir besiegt. Dann müssen wir noch die letzte Truppe markieren zum Rausbebenen. Und dann haben wir's. Wir haben die Zivilisten. Es gibt noch keine Signale, dass die Renown oder die Kittler sind. Okay. Der Koloniehilfe leisten mit Administrator Villa Post sprechen. Okay, machen wir das mal. Der Kolonie hat sich immer weiter ausbeweitet. Gefällt mir. Huch. Ach, die schießen sogar aus Morbid, okay. Ich vergesse immer wieder, dass wir mal verschnaufen müssen. Okay. Nein, wir sind die einzigsten, die Destiny befindet zwischen Morbid. Wir können sie zwar retten, aber ich bündete dir ein besseres Transportmuster für ihre Bürger. Nein, nein, wir sind die Kohl-Az und ich, die Kohl-Az und ich haben versucht, die Kohl-Az und ich haben einen Plan. Wir denken, ein Pattern-Ehancer wird den Trick machen. Okay, nehmen wir uns ein Kit heraus und aktivieren den Musterverstärker. Ah, Wissenschaftskick-Standard-Muster. Platz für Medizinbuch. Ah. Okay. Ja, ja. So, dann noch alles. Achso, das war noch dieser... Warte mal hier. Äh, Chef-Status. So. Konsole. Zack. Was haben wir da noch? Proton-Torpedo-Werfer. Oh, 1500 Schaden plus 10% Genauigkeit. Sehr schön. Zack. Das werde ich mal auswechseln. Und... Neutrino-Deflektor-Schild. Schiffssensoren verbessert, Trägheitsdämpfer und Strom-Dissolatoren verbessert. Sehr gut. Gleich mal ausrüsten. So. Kolonie-Verteidigung. Musterverstärker aufstellen. Wo denn? Ach, hier. Dann machen wir das mal. Ich möchte, dass sie den Zivilisten das Signal geben hierher zu kommen um gerettet zu werden. Lange genug um alle Zivilisten zu retten. Okay. Da kommt auch schon die erste Truppe. Oh. Hallo. 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 Äh, hallo. Kann ich mal laufen? Hilfe? Äh, hallo. Äh. Kann ich mal machen? Hilfe? Äh, hallo. Kann ich mal machen? Ich bin jetzt kaputt. Okay, ich cutte mal kurz die Aufnahme. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Äh, ich musste jetzt eben das Spiel komplett crashen, weil nichts mehr ging. Äh, aber wie ihr seht, Fortschritt hat er gespeichert so weit hin. Äh, ja. Achtung. Beide Sie, Schwal, wir werden schon bald bei Ihnen sein. Danke für alles, was Sie getan haben. Es war nicht möglich, sich alle zu retten, die, die uns noch zu retten sind, würden immer in Ihre Schuld. Sehr gut, dann Okay Okay A Borg Generator Well, first of all, open the doors, do it Borg Transporter block and find the shop Huh Ja, das war doch mal sehr gut getyped So Will auch so Granaten haben, die sind geil Huch, hinter uns sind noch Hä Hier werden noch andere Zeit Da vorne Kata hat mich richtig aktualisiert irgendwie Okay Ja, das Schicksal Esst manchmal graus Und die Borg Händer ja gar nicht Oh Diese Granaten sind der Hammer, die wir jetzt haben Die hauen ja mal richtig was weg Aber wir finden den Generator Was ist das? Transportinhibitor Okay Effektiv Systematik Evil I'm gonna go with evil Okay Die meisten der Drohnen haben da ausgeschaltet Ach da Kraftfelder Borg deaktivieren Ja Sie sind die Borg VW Sie sind die Dort Sie sind die Drog- Sie sind die